die kolonie hardcore server im stile von opa zeron die insel inspiriert natürlich opa zeron ist auch fleißig am basteln habe ich schon ein paar videos von ihnen gesehen genauso wie mit dem auch übertrieben abgeht muss ich mich anhalten die macht mir konkurrenz macht mich zu einem auf fleißiger junge kann ich auch empfehlen ich will hier also einen kleinen rundum schlag starten meine freunde willkommen zurück bei ill jazz heute wollen wir eine runde bauen einfach so das wurde lol weil wir es können einfach so gechillt drauf los blöcke ich bin hier in meiner switch welt eigentlich das baue ich immer wenn ich twitche kann ich euch schon mal ein bisschen rumfliegen hier keine ahnung ob ihr das beobachtet habt bis jetzt aber ich kann würde mich nur freuen wenn ein paar leute dann noch mal vorbeikommen wurden das brauche ich immer wenn ich lange weile habe und rumzwitsche und heute baue ich das hier als video als let's play mäßig nur eine kleine hütte einfach da hinten habe ich mir schon so einen kleinen platz weggerodet im creative schiff bauen wir wie sie wie sie einfach hier was drauf so mäßig ganz gechillt material technisch würde ich mich hier in dem rahmen bewegen was ich hier schon habe sprich koppel was da gut jetzt hat da los da und hast du nicht hier sehen das ist eine stufen stufen für mich heute baby alles klar wir wollen ja immer dass es sich in einen raum bewegt also einen auf einer ebene mit den ganz matts matts deswegen werde ich einfach mal so loslegen ich glaube ich werde mir hier sowas ums eck bauen habe ich schon ein paar mal gemacht glaube ich wir werden sehen was hier rauskommt es werden bestimmt mehrere teile kann ich mir gut vorstellen dass es mehrere teile werden wie ich mich kenne werde ich hier nicht nach einer stunde fertig sein wir werden hier einfach mal irgendwas wenn du mäßig hinknallen mit einem gechillter gesiegener mucke von american beats potent der mann was mucke angeht kann ich mir empfehlen werden natürlich nicht großartig rum das muss der blume durch der blume gerät wir werden sehen was dabei rauskommt es werden mehrere parts werden denke ich mal kann ich mir gut vorstellen wie gesagt in der hoffnung dass euch das gefällt es wird sich kaum zum mord gemacht wird sich kaum zum mord gemeldet warum kommt ihr nicht zum mord mann was los mit euch sondern nur einmal ein mord in den kommentaren dass man eine coole idee ich werde aus dem wort wort einfach mord machen und wenn daraus ein running gag starten warum nicht könnte für aufsehen warum nicht versuch wer es wert ihr seht ich habe hier mal so eine drei abstände meine empfehlung ist bei minecraft nicht gerade zu bauen also immer 3579 also werdet ihr später keine probleme mit türen haben etc mal so ein tipp von mir am rande die ich euch geben kann aufgrund also das ist im endeffekt geschmackssache jeder baut so wie er bock hat aber ich glaube ich habe schon den einen oder anderen block geschwungen hier bei minecraft hört sich jetzt natürlich ein bisschen prolo mäßig an aber ist halt fakt kann ich nichts für dass ich hier rum suchte wie so ein hardcore sucht die wir müssen dem hier arbeiten noch machen muss die fenster das wiederholt sich bei mir immer wieder ich habe das schon ein paar mal so gebaut die leute die mich können wissen dass warum ich das so mache aber ich kann es auch noch gerne noch mal sagen wenn ihr normalerweise wäre es jetzt auch besser gewesen mit fünf ausnahe zu gehen weil hier habe ich dann nicht mehr viele optionen beim fenster wenn ich jetzt hier sagen wir mal den so baue ja schicke mick dann habt ihr hier etwas ballett in euren bauten und das sieht nicht so lustig langweilig vierkig aus sondern bekommt mehr tiefe und ihr habt ein bisschen mehr abwechslung mit eurer fassade habe ich auch mal ein video zu gemacht fassaden könnt ihr euch auch gerne mal zu gemüte führen ich bin gerade nur so ein bisschen im baumodus und deswegen habe ich mir gedacht nimmst du die kloppies alle mit und lässt sie zugucken ich habe ja sonst nichts zu tun tag der deutschen einheit langes wochenende kann ausschlafen ich könnte jetzt natürlich allen möglichen rotz bauen ich habe aber hier auch gerade wäre es cool wenn ihr entweder mal hier beim twitch vorbei guckt bei mir oder oder wenn ihr mal bei engine place lp vorbeiguckt oder bei gameplays mein kumpel micky würde sich freuen ich habe ich mal ganz stark drauf die mocke ist von jamaican beats der mann ist schon lange am start was noch angeht auf jeden fall und er kann auch was auf jeden fall hart drauf der mann und es wird nacht ich werde jetzt hier mal gleich ein paar facken setzen damit ihr was seht beziehungsweise in glowstone dann die erde rammen umgespitzt der war richtig der war falsch guck mal auf unserem projekt vorbei die kolonie die kolonie hardcore server im stile von opa zirons die insel inspiriert natürlich opa zirons auch fleißig am basteln habe ich schon ein paar videos von ihnen gesehen genauso wie mit sie dann auch übertrieben abgeht muss ich mich anhalten die macht mir konkurrenz machst mich zu einem auf fleißiger junge taladröhren kann ich auch empfehlen ich will hier so einen kleinen rundum schlag starten ich hab ich werde auch so ein kleines let's talk draus machen weil es sind so sachen die einen irgendwann auf den sack gehen genauso auf den sack gehen so wie diese abonnieren mich und ich werde dich pushen typen warum muss ich ihn abonnieren damit er mich pusht frage ich mich jedes mal mal wieder manchmal natürlich hat man hoffnung dass es doch ein mensch ist der ein gut gewillt ist so aber die tatsache dass diese nachricht irgendwo im spam ordner rumlungert das lässt natürlich für sich sprechen ich könnte jetzt namen nennen ich weiß nicht ob ich das darf ich jetzt lieber nicht machen aber du keule weiß bescheid falls du so einer bist typen wie du sind unerwünscht und werden bei mir unter den parasiten angeordnet diese leute ich will was dazu sagen das sind diese leute die kleinere youtuber anschreiben meistens sind das youtuber also typen ich sag nicht mal leute das wäre ja schon wieder das wäre ja schon wieder ein respekt ein wort was ich ihnen geben würde was mit menschen assoziiert werden kann assoziiert und das wollen wir natürlich nicht wie werden sich natürlich immer dahinter verstecken sogar du hast mich aber nicht abonniert und deswegen kannst du nicht mitmachen dann ist es eben so warum habe ich ihm keinen bock auf dich wenn du so einer bist der so ein film schieben muss und es nicht anders drauf hat irgendwie seine seite sowas zu bringen mir geht es nicht um die abonnenten ich bin stolz auf alle meine 125 die ich habe die alle gekommen sind ohne dass ich danach geholfen habe das sind typen die schreiben einen an die spam natürlich die ganzen postfächer voll und versprechen den leuten dass sie die pushen wollen meistens haben sie schon irgendwelche videos auf dem kanal wo sie was gepusht haben ob ihre homies sind oder nicht keine ahnung kann ich erstmal so dein raum gestellt lassen aber ich gehe davon aus dass man die sind von denen mit den sie da zusammengezockt haben oder westergeier oder vielleicht haben sich wirklich welche ausgeprägt aber die tatsache dass ich denjenigen abonnieren soll und kommentieren soll und plan club wenn du so einen menschenfreund bist so ein philanthrop warum muss man nicht abonnieren das verstehe ich nie wird so ein bisschen mimimi talk mäßig so aber es muss gesagt werden leute leute die meine videos gucken können ruhig was dazu sagen es ist auch nicht das erste mal ich habe schon einmal hatten wir einen typen war lustig der mich auch so auf diese gleiche tour angeschrieben hat und mein kollegen mickey haben da hat er auch angeschrieben mit genau exakt derselben nachricht also es war eigentlich bloß wie gesagt copy paste postfach zugespampt so weißt du die gucken sich die leute an und denken sich okay der ist lutscher genug dem werde ich jetzt mal hoffnung machen und dann wird er mich abonnieren und dann habe ich wieder einen abonnenten mehr aber ehrlich gesagt was ich frage ich mich was haben die davon wenn sie irgendwelche leichten abonnieren er sagt und natürlich sagen sie auch dass sie dich abonniert haben aber ich habe noch kein abo gesehen von ihm müssen wir auch egal will ich gar nicht von so einem typen will ich nichts zu tun haben mit jeder tag geht man die nacht sagt was man einen dunklen baut kann man sich noch im dunkeln angucken von daher das wollen wir hier so nicht mal so steht ja was ich meine warum soll der typ der doch ach so um unsere community besorgt ist wir müssen kleineren helfen steht da auch immer gerne warum soll will verlangt er von mir dass ich ihn abonniere dann abonniere ich ihn halt klar normal kann ich ja auch machen alles schön und gut aber wenn sein content und cool ist warum warum was hat er davon weißt wie ich meine ist doch ne guckt doch keiner selbst wenn ich ihn abonniere was bringt denn der abonnent der seine videos nicht schlägt das checken die aber nicht die denken nur abos gleich reichtum die haben zu viel gronk geguckt oder so tut mir leid gronk ich werde jetzt bestimmt einen krassen tod sterben weil ich hier deinen namen im mund genommen habe denn auch homeboys werden mich zerfetzen versteht ihr deswegen mein appell an diese pseudo ich nenne sie mal click beta oder youtube parasiten halt lasst stecken leute das hat keinen sinn man macht es anständig es gibt genug kanäle die groß waren und trotzdem nichts gebracht haben und da wird es auch nichts daran ändern dass die abonnenten es gibt auch natürlich leute die abonnenten kaufen es gibt so krasse tricks man die kaufen sich abonnenten bzw die bezahlen um so einen dubiosen service um abonnenten zu haben auf ihrem kanal vorzuweisen finde ich alles low ist einfach alles sind für mich keine männer keine frauen oder wie auch immer mit anständigen kochones oder eier stecken wir haben nichts auf dem kasten die versuchen nur anhand von irgendwelchen zahlen zu punkten und sowas ist einfach meine meinung weiß ich nicht was ihr dazu sagt heutzutage ist es ja krass bei youtube je durchgeknallt oder die kontroverser der content ist desto besser ist es sein ist leider so und ist einfach creepy creepy aber da machst du nicht ist es halt so youtube ist kein pony schlecken das hat man natürlich auch bewusst damals wo ich behaupten oder obwohl eigentlich nicht ich habe damals youtube angefangen weil ich es unbedingt wollte mein kleiner grüner mann im ohr ist mir massiv auf den sack gegangen komm geh zu youtube geh auf das licht zu hauptsache ich kann meinen scheiß aufnehmen und hochladen mehr will ich gar nicht man lernt auch krass viele leute kennen jetzt youtube beziehungsweise man wechselt ja den ein oder anderen server und dann lernt man auch krass coole menschen kennen überall auf jeden fall unbedingt muss man das auch so festhalten im raum damals habe ich zum beispiel durch so eine ja ist jetzt diese parasiten youtube parasiten das erste mal halt wo ich den typen begegnet bin eine coole let's player kennen gelernt die hat eigentlich gar nicht nötig also sie hat das auch nicht nötig ich weiß nicht ob sie durch zufall aber sehr cooles let's play rinna sami falls du das video groß an dich wir haben die hätten die halbe nacht uns um die ohren geschlagen und über mein craft philosophiert sehr nett die frau ist auch im netzwerk hat auch schon abonnenten ohne ende nette person halt schön durchgeknallt auf jeden fall extrem sympathisch und durch den typen damals habe ich sie kennengelernt und der spa dies bei steam ab und zu sie spielen ihre videos rein ich weiß nicht ob sie bei mir umhängt ob sie sich überhaupt noch an mich erinnert keine ahnung war auf jeden fall eine chillige nacht also hört sich jetzt voll falsch an aber kennt diese momente wo man extreme gespräche führte also irgendwie sehen verwandtschaft am raum steht oder einfach jemand sich sympathisch ist und einen die zeit verfliegt so man sich mitbekommt ist wie so eine zeitmaschine auf einmal ist es früh morgens ganze nacht durch gelabert und so ein bullshit war aber cool auf jeden fall hätte ich mal wieder gerne es gibt kaum noch menschen die anständig sind leider leider war leider war jeder ist auf seinen eigenen hintern bedacht macht seinen eigenen scheiß rettet sich wer kann korruption rassismus hass abgier wo man kommt und coole menschen am start und coole menschen am start